Heute, liebe Freunde, wir haben zwei Wahlziele gehabt, Rot-Grün zu beenden und stärkste politische Partei zu werden. Und beides ist gelungen. Allen einen Dank für das Engagement in den letzten Tagen. Die Wählerinnen und Wähler haben eine klare Entscheidung getroffen. Sie wollen eine andere Politik für Schulen und in der Bildung, bei der Infrastruktur und dem Verkehr, bei der inneren Sicherheit und bei der Kriminalitätsbekämpfung. Und das, was hier in den letzten sieben Jahren Politik war, war schlecht für die Menschen, war schlecht für Nordrhein-Westfalen. Wir wollen nicht mehr Schlusslicht sein. Wir wollen in die Spitze der deutschen Länder. Dafür haben wir gekämpft. Und wir haben diese Landtagswahl gewonnen am heutigen Tag. Und wir wollen in die Spitze der deutschen Länder. Und wir wollen in die Spitze der deutschen Länder. Und wir wollen in die Spitze der deutschen Länder. Und wir wollen in die Spitze der deutschen Länder. Und wir wollen in die Spitze der deutschen Länder. Und wir wollen in die Spitze der deutschen Länder. Und wir wollen in die Spitze. Und wir wollen in die Spitze. Vielen Dank.